Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insider erklärt. Wir haben heute etwas für euch vorbereitet, was sich im letzten Stream gewünscht wurde. Ich habe da mal ein bisschen in die Runde gefragt und wollte wissen, welche Themen würden euch denn am meisten interessieren für zukünftige Videos, beispielsweise für Insider erklärt oder auch für Deckprofiles etc. Und was ich mitbekommen habe von einigen ist das hier, Kartenvorteil. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, das wollen wir heute machen. An der Stelle übrigens auch, falls ihr Vorschläge für künftige Videos habt oder irgendwelche Themen, die ihr vielleicht nicht richtig versteht oder zu denen ihr gerne mehr wissen wollt, die euch interessieren, Deckste, die ihr gerne gesehen hättet, schreibt uns das in die Kommentare, schreibt mich auf Discord an, schreibt uns eine E-Mail an info at yugioh-insider.ch, besucht unsere Webseite und schickt uns doch da auch eine Nachricht, das ist auch machbar. Lasst es uns wissen, wir freuen uns immer sehr über eure Vorschläge. Kartenvorteil, darum geht es heute. Was ist Kartenvorteil und was bedeutet das eigentlich fürs Spiel? Ist das etwas, was man wissen muss? Ist das etwas, was man beachten muss? Lasst uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Kartenvorteil, es geht um Karten, ganz klar. Und grundsätzlich heißt es hier eigentlich einfach nur mehr Karten gleich mehr Optionen. Wenn ihr mehr Karten zur Verfügung habt, könnt ihr auch mehr verschiedene Sachen machen. Macht Sinn, oder? Der Spieler, der mehr Karten hat, ist es auch in der Regel im Vorteil. Wenn ihr fünf Karten zur Verfügung habt und der Gegner nur eine, dann habt ihr im Prinzip fünfmal mehr Möglichkeiten, einen Spielzug zu machen, als dass der Gegner das hat. Das bringt euch Vorteile, zwar teilweise relativ große. Kartenvorteil gibt es im Prinzip in zwei Geschmacksrichtungen, könnte man sagen. Es gibt zum einen den sogenannten Handvorteil und den Feldvorteil. Was ist der Unterschied zwischen den beiden und wie erfahre ich jetzt, wie viel Handvorteil oder wie viel Feldvorteil das ich oder mein Gegner habe? Lasst uns mal mit dem Handvorteil beginnen. Handvorteil. Hier geht es wirklich um die Handkarten, die ihr habt. Ganz einfach. Schauen wir uns mal Karten an, die den Handvorteil beeinflussen. Ich habe mir da mal einfach die Töpfe rausgesucht, weil das so ziemlich die einfachsten und klassischsten Beispiele sind für Handkartenvorteil. Gerade von neuen Spielern oder auch Spielern, die von einem anderen TCG auf Yu-Gi-Oh! wechseln, hört man immer wieder, ja, Topf der Gier, ziehe zwei Karten. Dann, okay, warum ist die Karte verboten seit 14 Jahren? Was macht die Karte so gut? Sie generiert kostenlosen Handvorteil und das ist eine ziemlich mächtige Geschichte. Schauen wir uns dann noch ganz kurz an. Wie, was ist Handvorteil? Wie berechnet sich das? Was ist das? Wir haben momentan drei Karten in der Hand. Handvorteil beschreibt eigentlich nur die Anzahl Karten, die ihr vor einer Aktion habt, im Vergleich zur Anzahl Karten, die ihr nach einer Aktion habt. Beispiel von Topf der Gier hier. Wenn wir jetzt Topf der Gier mal aktivieren, haben wir eine Karte weniger in der Hand und dürfen dafür zwei Karten ziehen. Das heißt, wir haben zwei neue Karten bekommen und mussten dafür eine Karte hergeben. Lässt uns letztendlich mit einem Plus dastehen, oder? Wir haben jetzt eine Karte mehr, als wir das vorhin hatten, nämlich die zwei Karten, die wir gezogen haben, minus den Topf der Gier gibt plus eins. Wir haben also neu vier Karten in der Hand, statt wie vorher drei. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, die Rechnung ist zwar eigentlich ganz schön und nett, aber den Topf der Gier da reinzurechnen, ist eigentlich nicht richtig. Denn, naja, wenn ich Karten in der Hand habe und damit nichts mache, sind die im Prinzip nutzlos, also muss ich die nicht unbedingt als Ressource zählen, denn ich muss sie aktivieren, um was davon zu haben. Ich finde das nicht unbedingt richtig. Ich finde, das hier ist zutreffender, denn die Karte kann euch in der Hand durchaus auch noch als Ressource dienen. Wenn ich einen Topf in der Hand habe, auch wenn ich ihn vielleicht nicht benutzen kann, weil ich keine Karten ziehen darf oder was auch immer, habe ich immer noch eine Karte in der Hand, die ich beispielsweise abschmeißen kann oder die ich setzen kann, die ich für irgendwas benutzen kann. Es ist dennoch irgendwo eine Ressource. Und darum würde ich die klassische Variante hier eigentlich viel zutreffender. Die Karten, die wir verwenden, ziehen wir von den Karten, die wir bekommen, ab. Hier jetzt eben Topf der Gier. Kostenlos, ohne Einschränkungen, immer ein Plus Eins. Wahnsinnig gute Karte. Dieses Plus Eins, das wird sich sehr, sehr schnell summieren und ist nicht ganz unwichtig. Dazu kommen wir aber nachher noch. Schauen wir uns mal kurz den Feldvorteil an. Was ist hiermit gemeint? Hier geht es eigentlich wirklich nur darum, wie viele Karten habe ich auf dem Spielfeld, bevor ich eine Aktion starte und wie viele Karten habe ich nachher auf dem Spielfeld, nachdem ich diese Aktion durchgeführt habe. In unserem Beispiel hier aktivieren wir jetzt mal Hysteric Party. Eine wunderschöne Harpien-Karte, die es uns ermöglicht, eine Karte abzuschmeißen und dafür Harpien-Ladies vom Friedhof zu specialen. Ich habe mich jetzt hier mal für die Harpien-Channeler entschieden, weil die einfach cool sind. Und ja, wir haben also quasi mit einer Karte auf dem Spielfeld gestartet. Das war die verdeckt liegende Fallenkarte hier und bekommen jetzt drei Harpien aufs Spielfeld. Sind jetzt also bei vier Karten. Wie berechnen wir jetzt hier den Kartenvorteil, den wir generiert haben? Nun, wir können jetzt hingehen und sagen, wir haben mit einer Karte gestartet, haben jetzt vier, heißt, wir haben im Prinzip plus drei gemacht. Könnte man machen, finde ich nicht die beste Variante, denn jetzt ist diese Fallenkarte, diese Hysterische Party, eigentlich komplett nutzlos. Die ist für uns keine wirkliche Ressource mehr. Für andere Karten könnte man jetzt sagen, ja, wenn sie auf dem Spielfeld bleiben, okay, die sind vielleicht eine Ressource. Hier würde ich sagen, nein, denn wenn sie vom Spielfeld verschwindet, verschwinden auch unsere Harpien. Richtiger würde ich sagen, ist hier zu sagen, wir haben mit einer Karte angefangen, haben drei Monster dazu bekommen, im Prinzip die Ressource der Fallenkarte verloren und sind jetzt bei drei Karten, die wir wirklich auf dem Spielfeld nutzen können, plus zwei. Das ist aber auch noch nicht die ganze Geschichte, denn natürlich ist der Feldkartenvorteil und der Handkartenvorteil nicht komplett voneinander getrennt. Die gehören zusammen und definieren euren kompletten Kartenvorteil. Denn wir haben hier was Entscheidendes vergessen. Wir haben mit vier Handkarten gestartet, das Hysteric-Sein abgeworfen, haben also auf der Handkartenseite minus eins gemacht. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenziehen, kommen wir, simple Rechnung, von plus zwei und minus eins auf plus eins. Wir haben das eine Karte mehr, als wir das vorhin hatten. Wir haben zwei Karten aufgewendet, drei Karten haben wir neu aufs Spielfeld bekommen, heißt plus eins. Super, super simpel, oder? Jetzt, was bedeutet das fürs Spiel? Stellen wir uns mal vor, ich spiele gegen Cardi. Ganz am Anfang des Spiels haben wir keine Karten auf dem Spielfeld, wir haben beide fünf Karten in der Hand. Unsere Kartenvorteile sind also quasi bei null. Wenn ich jetzt hingehe und meinen Zug mache, oder Cardi einen Topf der Gier aktiviert, machen wir es mal so, dann hat Cardi eine Karte aufgewendet, zwei Karten gezogen, plus eins. Cardi hat jetzt also sechs Karten in der Hand, wo ich immer noch nur fünf habe. Das heißt, Cardi hat eine Karte mehr als ich. Wenn ich jetzt meine Null von seiner Eins abziehe, sehen wir das auch nochmal ganz schön. Das gibt unterm Strich für mich eine negative Kartenbilanz von minus eins. Jetzt ist halt die Frage, kann ich damit überhaupt irgendwas anfangen? Das ist mathematisch alles ganz wunderbar und voll interessant und schön und toll, aber bringt mir das denn wirklich was fürs Spiel? Was bringt mir diesen Kartenvorteil zu kennen? Spielt das irgendeine Rolle? Ja und nein. Zum einen ist es gut, das im Hinterkopf zu behalten und zu wissen, dass es existiert und dass es ein Thema ist. Denn grundsätzlich ist es schon so, wenn ihr mehr Karten habt, habt ihr bessere Chancen, das Spiel zu gewinnen. Einfach, weil ihr mehr Optionen habt. Das ist das, was wir am Anfang schon angeschaut haben. Wichtig ist dabei aber zu sagen, dass gerade heute, wo wir Karten haben, die mit ein, zwei Karten in der Rückhand ganze Spiele drehen können, das hier nicht mehr so ein riesengroßes Thema ist wie früher. Früher konnte man wirklich sagen, hey, wenn ihr jetzt wirklich zwei, drei Züge gespielt habt oder vielleicht auch vier, fünf Züge gespielt habt und in jedem Zug hat euer Gegner ein, zwei Karten verloren und ihr habt ein, zwei Karten gut gemacht, ja, dann ist es schon relativ schnell mal relativ klar, wer das Spiel gewinnen wird. Heute hingegen, wenn ihr in einer Runde mal ein bisschen Minus macht, den nächsten wieder ein bisschen Plus und den nächsten wieder mal ein bisschen Minus und dann nochmal ein bisschen Minus, heißt das noch lange nicht, dass ihr das Spiel verlieren werdet. Ihr könntet eine Karte von oben nachziehen, die das Spiel komplett dreht, weil sie euch viel, viel mehr Kartenvorteile generiert als all das, was ihr bisher eingebüßt habt oder aber euch eine Wall aufs Spielfeld stellt, die euch zwar Kartenvorteil technisch nicht wirklich viel bringt, den Gegner aber daran hindert, weiteren Vorteils zu generieren und auch das kann euch im Prinzip das Spiel wieder drehen. Also ich würde sagen, früher hat dieser Kartenvorteil eine größere Gewichtung gehabt, als es heute der Fall ist, weil wir hatten früher nicht Karten, die im Alleingang oder mit der Hilfe von einer Karte das Spiel wirklich drehen konnten und ändern konnten. Heute haben wir das ein bisschen eher. Ich würde so sagen, wenn ihr Formate spielt wie Goat, ist das hier ein sehr, sehr wichtiges Thema und der Kartenvorteil sollte etwas sein, was ihr euch im Hinterkopf behalten solltet, aber auch, wenn ihr Karten oder Decks spielt, wie beispielsweise Counterfairy. Counterfairy ist das klassische Deck, was mit Kartenvorteil spielt. Ihr versucht mit so wenig Aufwand wie möglich, dem Gegner so viele Karten wie möglich zu negieren und zu verhindern, dass ihr sie nutzt, um Kartenvorteil zu generieren, während ihr so wenig Minus machen wollt, wie irgendwie möglich. Dabei unterstützen euch eure Monster, die euch eure Counterfallen wieder recyceln. Oder Karten wie Bound of Artemis, die euch eine Karte nachziehen lässt, wenn ihr eine Fallenkarte aktiviert, eine Counterfallenkarte aktiviert. Geht dann quasi euer Kartenminus, das ihr eigentlich generiert, wieder ins Plus über. Solche Sachen sind in manchen Decks sehr, sehr wichtig. Andere Decks interessieren sich dafür überhaupt nicht und denen ist es relativ egal, ob sie jetzt mal in Zug zwei ins Minus kommen, wenn der Spielplan nachher dann doch wieder aufgeht. Also ganz allgemein gesagt, heutzutage macht euch da keinen allzu großen Kopf drüber. Es ist wichtig, das ein bisschen im Blick zu behalten und es gibt durchaus Situationen, wo es wichtig ist, dass ihr auf Kartenvorteil spielt. Es gibt auch Situationen, wo es sinnvoll ist, ins Minus zu gehen, ganz bewusst ins Minus zu gehen, um das Spiel drehen zu können. Stellt euch vor, Gegner hat ein Tower-Monster draußen oder irgendein Monster, was euch am Spielen hindert, wie beispielsweise einen Masked Hero Darklaw oder einen Vanity's Fiend, Majesty's Fiend, irgendwie sowas. Die kriegt ihr vielleicht mit einer Karte nicht weg. Ihr müsst zwei Karten aufwenden, um sie loszuwerden. Trotzdem, auch wenn ihr jetzt Minus gemacht habt, zwei Karten aufgewendet, um eine Karte loszuwerden, das ist ein Minus 1, trotzdem habt ihr jetzt eine bessere Situation als vorher. Ihr könnt weiterspielen, ihr könnt eure Monster rausholen, könnt so vielleicht wieder Kartenvorteil generieren. Wenn ihr euch jetzt zu sehr auf dieses Plus und Minus versteift, ist das manchmal eher hinderlich und eher negativ, als wenn ihr versucht, euer Ziel, was ihr mit dem Deck erreichen wollt, im Auge zu behalten und daraufhin arbeitet. Trotzdem, Kartenvorteil, wichtiges Thema meiner Meinung nach und ich würde jetzt gerne von euch hören, was ihr dazu denkt. Wie oft denkt ihr während dem Spiel an den Kartenvorteil? Ist das jetzt so, dass ihr in jedem Zug mit einberechnet? Schaut ihr, dass ihr in jedem Zug mit mehr Karten aufhört, als ihr angefangen habt? Wollt ihr mit einem positiven Kartenvorteil, mit einer positiven Kartenbilanz aus dem Zug herauskommen? Oder ist es euch wichtiger, euer Strategie-Goal quasi zu verfolgen? Würde mich sehr, sehr über eure Meinung und eure Erfahrungen mit diesem Thema in den Kommentaren freuen. Schreibt mir vielleicht auch dazu, wenn ihr uns an eurer Erfahrung teilhaben lasst, auf welchem Level das ihr spielt. Seid ihr jemand, der eher einfach zum Spaß gegen Freunde spielt? Seid ihr der absolute Pro in euren Locals? Oder toppt ihr sogar die YCSS, an denen ihr mitspielt? Würde mich sehr, sehr interessieren, da von euch mehr zu hören. Das war es an der Stelle von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo und einen Daumen da. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen und würde mich sehr, sehr freuen. An der Stelle auch wie immer ein ganz herzliches Dankeschön an unsere treuen Patreon-Supporter, die ihr gerade auf dem Bildschirm sehen könnt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung hier zum Kanal. Hilft enorm, ist eine unglaubliche Unterstützung und wir können das, was ihr uns zukommen lasst, super in neue Software und Hardware investieren, um euch noch bessere Videos und noch bessere Formate zu liefern. Ihr habt es gehört, das Thema hier war ein Vorschlag von einem Zuschauer. Wenn ihr Vorschläge für Videos habt, ich erwähne es gerne nochmal, schmeißt das in die Kommentare, schmeißt es auf Discord, schmeißt mir eine E-Mail in meine Richtung. Ich freue mich riesig, wenn ihr euch bei uns meldet und Vorschläge habt, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Ich halte jetzt meine Klappe, wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Macht's gut und ciao, Leute. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.